Die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Herrenverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante, tödliche Schmiere. Ja, und damit hallo, herzlich willkommen bei Portal 2 mit Onkel von Gamer Shack AP. Ja, hallo. Ja, es geht weiter. Wir brauchen Helme, hat sich gesagt. Ja, wir brauchen Helme, hat sich gesagt. Geil. Okay. Aua. Ja, aber das ist das Schwachsinn. Wir brauchen das Licht hier. So. Hä? Huch. Ähm. Ja, äh. Na? Hast du da ein schönes Licht? Ja, aber... Ach, stopp! Wenn du jetzt natürlich, ähm, das Licht von hier oben, dann dahin weiterleitest. Genau. Ah, toll. Warte mal. Ne. Warte, warte, warte. So, warte, warte. Okay, das ist ein bisschen knifflig. So. Ah, warte. So. Und, ähm. Warte, warte. Ach, Quatsch. Jetzt habe ich da einen Eingang hin. Ah, ja. Sehr gut. Du müsstest dann... Du hast jetzt den Strahl um, genau. Du springst jetzt durch mein Loch. Du kannst dadurch die Brücke machen. Die Brücke machen. Auf der anderen Seite. Siehst du das? Mit dem Ausgang von dir. Jetzt kommst du auch nicht rein. Ja, jetzt krabbelst du durch. Und warte, bis ich dann hochgesprungen bin. Und dann machst du mir auch eine Brücke. Ach, genau. Warte, mach mal so. Warte, 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 bitte. So, komm. Jupp, ich springe. Moment. Jupp, jetzt. Warte auf deine Brücke. Ach so. Du darfst, du gehst einfach durch mein Loch. Kannst du deine Brücke nochmal wegmachen? Ich mache so weiter rüber, oder? Hä? Ach so, ja, warte, ich brauchst Timing. Du musst sagen, wenn du durch bist. Siehst du doch. Nee, ich gucke auf die Wand, wo die Brücke hin ist. Du kannst das mit Tab meinen Bildschirm machen. Oh, bitte die Brücke weg. Die Kopfschmerzen. Machst du bitte mal ganz weg. Ah, jetzt. Puh. Kopfschmerzen. Allee. Ach so. Hi. Nein. Ernsthaft? Ja. Warte mal, kannst du nicht, Ava? Warte mal, warte mal. Nee, kann ich nicht, das wäre zu einfach. Und jetzt? Ja, doof, ne? Gibt es denn nicht irgendwo, wo ich einen Eingang setzen kann und hier oben einen Ausgang raussetzen kann? Kann ich nicht irgendwie? Wolltest du nochmal zurückkommen? Ich hab Scheiße gebaut. Guck, guck. Hä? Hahaha. Wie war denn das jetzt? Ach so, hier haben wir uns da Eingang hin. Genau. Und ich mach hier einen Eingang und da einen Ausgang. Und da, so. Du springst jetzt durch und machst hier die Brücke. Ach so, genau. Moment. Krabbelst du rüber, genau. Warte. Gut. Super, dankeschön. Und jetzt, wenn es... Kommst du zu mir? Genau. So. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht so blöd bin. Dann, äh... Springen. Nein! Was machst du denn dann da? Warte mal, kann man jetzt... Du hast den Ausgang weggemacht, weil du durch das Lichtstrahl gelaufen bist. Ach, ich war also der Blöde. Sag das doch. Na, warte mal, kann man denn nichts von hier irgendwie dir ein kleines Portal hinsetzen? Wie willst du das machen? Dann ist dir hier ein Portal hinsetzen, hier oben ein Ausgang und dann... Nichts, Unglück, das geht so nicht. Aaaaaaah! Ach. Na, super, jetzt hab ich natürlich... Hehehehe. So. Nee, jetzt kommen wir jetzt durcheinander. Jetzt machst du ja das andere, was ich gemacht habe. Genau. Spielt ja keine Rolle, wer das macht. Ja, doch. Jetzt kommen wir durcheinander. Jetzt wissen wir mal, wann ich was drücken muss. Ja. Ausgang, Eingang. Bin ich schon da. Ja. Okay. Na, du musst jetzt schon das Ding wegmachen, doch. Ja, 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 ja. Hallo? Ja. So, würdest du jetzt bitte vorgehen? Nee, du gehst jetzt vor, weil ich den Lichtschrank gemacht habe. Ja, warum muss ich den jetzt vorgehen? Achso. Achso. Aber wenn du da durchspringst, ist es ja egal. Ich springe aber nicht durch, ich warte jetzt auf dich. So. Haha. Ja, wow! Hahaha. Das ist ja aber schon knifflig, ey. Cool. Okay, warte mal, jetzt müssen wir mal hier gucken. Äh. Ja, genau. Was lustiger ist. Echt uncool. Kommen wir da durch? Ach, warte mal. Ah. Mhm. Aha. Okay, jetzt bin ich wieder auf der Seite. Super. Ah, ja. Doch. So. Ausgang da. Ausgang da. Hä? Bitte keine Lichtstrahlen wegmachen. Das geht nicht, weil man sich in den Kopf stößt. Toll. Komm, wir sind mal wieder zu uns. Das ist ja schon sehr knifflig. Warte mal, warum ist denn da hinten eigentlich... Ähm, mal eben. Juhu. Warum ist denn eigentlich da hinten? Nur Fläche. Ja, vielleicht für später. Weil jetzt gibt es gerade überhaupt keinen Sinn. Stimmt, weil da drüben kann man ja durchlaufen. Ach, stopp. Du kannst ja jetzt. Moment. Ne, warte mal. Das musstest du. Jetzt setz mal bitte hier in den Ausgang. Hier, hier hin. Es bringt nichts, weil du stößt hier oben. Doch, doch. Nein. Plötz hat einen Ausgang. Komm mit. Ja. Lauftumor. Kommen wir hinterher. Ja, ja. Lauftumor. Na, komm. Unkel. So, jetzt musst du hier oben, hier hinten einen Eingang machen. Eingang? So, jetzt segeln wir da rüber. Jetzt sind wir schon mal hier. Ach Gott, bist du ein schlauer Hund. Ne? Jetzt müssen wir ja die gleiche Kacke nochmal machen. Ne, jetzt müsstest du doch eigentlich durch den Schrägen das da hochgehen, oder? Ne, du musst hier wieder rüberspringen, deswegen ist hier die Schräge. Setz nochmal hier, setz nochmal hier bitte den Ausgang hin. Hier hin. Du hast recht. So, jetzt muss ich. Hier den Eingang. Ach, und da hinten den... Ne, der Quatsch. Aber da hinten ist der Ausgang hin? Ne. Ich könnte jetzt hier den Ausgang hin machen, das bringt uns nichts. Wir brauchen ja deinen hier. Warum brauchen wir den hier? Nur mal ich lieber Schleifern zu lassen. Achso. So. Und was ist, wenn ich... Guck, das funktioniert ja auch nicht. Ja, weil mein Ausgang ist es steht, aber... Und was ist, wenn ich jetzt... Der Ausgang ist da... Das heißt, wir müssen jetzt erstmal da rüberkommen wieder. Richtig, aber du darfst jetzt Deins nicht benutzen. Stimmt. Du musst das machen. Wenn du da einen Eingang hast... Dieser Lichtstrahl ist dauerhaft. Das heißt, wir müssen auf diesen Strahl kommen. Du machst jetzt erstmal hier einen Lichtstrahl durch. Dass wir erstmal auf die mittlere Bahn kommen. Stimmt. Dann kommen wir ja rüber. Ne, kommen wir nicht rüber, oder? Warte mal, dann machen wir mal ganz oben hin. Warte, warte, warte. Wow. Oh, du darfst jetzt nichts machen. Nein, nein, ich mach jetzt nichts. Achso, ja klar, kommen wir jetzt hier rüber, blöd. So, und jetzt kannst du nämlich... Genau. Genau. Oh, sau, Alter. Du machst jetzt gerade die Rettung. Jetzt machst du hier wieder einen Eingang hier oben hin. Juhu. Tadam. Damit alles noch aufregender wird, bat ich dir in der Montageeinheit, euch nicht neu zu montieren. Sie lehnte ab. Verständlich. Das wäre, als würde man mich bitten, mit den Testen aufzuhören. Krass, du Scheiße. Wäre dennoch aufregend gewesen. Blöde Kuh, hässchen. Aber das war jetzt schon ein bisschen knüppelig. Mein Gott. Ich war voll auf dem Schlauch gestanden gerade. Ja, obwohl das jetzt total logisch war, ne? Wie war das jetzt hier? Mit dem mittleren Strein. Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu hoch, weil es zu... Es war zu einfach. Genau, das ist das Problem. Es ist einfach zu einfach. Oh. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse, vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Tränen voll Lache oder Tränen eher Schmerz. Okay, das Brückenbauer, alles klar. Wow. Jetzt habe ich jetzt schon mal geschützt vor diesen komischen Dinger. Was für Dinger? Die Geschütze hier drüben. Geschütze? Ja. Okay. Jetzt müsstest du halt hier und poppen. Aber wir kommen hier nicht durch. Ja. Nein, was machst du denn? Wir hätten durchlaufen können. Echt? Na klar. Oh, hä? Nee. Du hast doch gerade... Ja, genau. Stopp. Hör auf. Hey, was? Alter. Okay, noch mehr solche Türme. Okay, wir müssen jetzt hier das nutzen. Moment, nicht runter springen. Pass auf. Manchmal jetzt hier habe ich einen Eingang. Was ist denn? Und... Boah. Warte mal, da muss... Mach ich jetzt hier einen Ausgang hin? Du musstest jetzt das auch irgendwie nutzen. Dein Lichtstrahl irgendwie. Alter, wie es ruckelt. Genau. So. H-h-ha. H-h-h-ha. H-h-h-ha. Wir sind einfach zu schlecht wo es ist. H-h-h. H-h-h-h. dann müssen wir drauf sauer schütze ja ich sehe das schon genau du musst da oben den da nehmen und um uns zu schützen richtig aber mit fest schütze ich da am besten ich komme zu dir hast du da noch irgendwas der hier aber wir haben immer noch kein braun die knopf das heißt aber ich geh erst mal rüber denn hier noch eine möglichkeit ich halte bestimmt ein bisschen was aus oder machte ich drei mal ganz kurz weg ich drücke ganz schnell den knopf und dann ich bin ja da hinten ok es hätte funktioniert oder macht du halt den ach war das wieder doof okay so sicher den knopf drücken 3 2 1 mach aus ah schnell die kugel ja ah noch wo kommen die her? ach da okay dann mach nochmal okay 3 2 1 boah so auch diesen test hatte vor euch noch niemand bewältigt natürlich oh welche wissenschaftlichen erkenntnisse dieser test geliefert hat jetzt ist er nutzlos so ja mit diesen worten verabschieden wir uns heute auch schon wieder ja ist schon wieder vorbei ja bis nächste woche äh viel dank fürs zuschauen schaut mal gebersteck.de vorbei doch bei mir ja alles unten verlinkt äh viel dank fürs anschauen und bis bald tschau tschuuuus 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 Vielen Dank.